Okay Next time you have a bad day, remember this guy. Okay, er hat Gold und Silber Soll ein guter Post sein Oh Das ist aber trotzdem so wies, Alter. Das erinnert mich an den Eingang mit dem Shiaan, der so das Ding so eingeworfen hat Lost in Can't Find The Exit? Try The Revolutionary Method Oh nein, wenn ich das schon sehe Ich wusste es, genau das war Okay, try and meet free burgers, I said Ja, siehst du zurückhalten, wirst du Ja, das schmeckt ja schon gut Das wäre Mh 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 Ja, Mh Da muss ich echt zurückhalten, nicht so sagen, dass das scheiße schmeckt Okay, nächstes Subreddit Mh 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 Hmmmmmmmmmmmm Alter, das ist Wish-Advertisement so Ihr kauft euch den Neupool bei Wish Ah, wann sollte man ein Video über Wish machen, Alter. Ich will mir jetzt angucken He's lost his family and now he's is last ordered to violate terrorism You stopped at nothing for the day of recon-reconing Recon.. Ich kann kein Englisch Ich meine so falsch ist is jetzt bestimmt nicht Oh nein, hab ich mal geguckt Oh nein, sogar noch it Notice, this is a working free drug place. Wenn man das falsch lesen möchte, dann... Naja, die haben die... Wie heißt die Taste? Nicht Leertaste, sondern... Nicht Semikolon. Also diese Taste, die du drückst, um die nächste Seite zu gehen. Enter-Taste. Enter-Taste falsch gesetzt, genau. Okay. Gut, jetzt... Ich weiß, dass das auch was eine Enter-Taste ist. Warma-Taste ist designed to stop running violent video games. Ads in der Stores. But will continue to sell guns. Okay. Das ist für eine Satire. Vor allem, es gibt da immer so... So... Diese Bilder, so back to school und da drunter ist einfach so knarren. Violent darts. Competitive falling over. Professional engine. Beat-watching. Advanced portals. The floor is lava. Tron. Water panic. Next panic. Next time I want to panic. Zebra wangling. Zebras hate being wangled. And the Zebras angry. Stepping people for points. Pranks topping. $1,000 to a homeless person. Das ist wirklich der Prank. Mr. Beast. Mr. Beast, der Agent. Pranker. Der gute, alte... Parche im Messer. I will find you. And I will kill you. Wow. Nice. Nice. Weißt du, was geil gewesen wäre, wenn... Dieser... Dieser... Dieser comment, also dieser Post, auch 69 Likes hätte. Ja, das meinte ich. Und eine school year like a hero. Und einfach hier die ganzen Waffen da drunter. Irgendwie muss man ja die Mobber erschießen. Die Sled involved into what we now called a sled. Hm. Der Floor is made of floor. Das ist ein Pro-Controller. Erkennst du es etwa nicht? I'm gonna take my horse to the old time road. Jetzt bekommt der Satz. I got the horses in the bank. Eine ganz neue Betheutung. Das Page is intentionally left blank. Äh, nein. Es ist nicht. Ich meine, da steht was drauf. Warum solltest du das an irgendeinen Entschlüssel machen? Ganz ehrlich. Warum? Es gibt schlimmere Dinge. Zum Beispiel App-Store-Spiele als Automaten nehmen. Holen in so einer Spielhalle. Dann nehmen sie einfach Apps... Und machen das an einen Automaten. Und verlangen, dass du Geld dafür bezahlst, dort dann zu spielen. Da ist jemand müde. Ich sehe kein Problem darin. Ich bin auch müde. Ich bin auch direkt. Okay. What are you... Where are you touching? Hm. Nope. Published on 8. August 2019. Too much to go. Wait a minute. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Warte mal. Hä? Warte mal. Hä? Wie ist das wirklich? Du hast reingeguckt. Rub some butt. Barbecue sauce. Slap some on. Stevie Wonder, if you could play video games, you bet it would be Atari. Ich verstehe, ich hätte es nicht. Stevie Wonder konnte nicht sehen. Oh. Johnny Illuminati today. What's up? For web phone protection. Die Gruppe ist das geilste. Army veteran. Rescue board. Nigel jangling upside down from a rope in a 70-foot tree by mowing down the branches with a rifle. Das steht plus 5 Jahre. Was hab ich denn das geschlossen? Ich frag mich. Erstens. An was für Eltern ist das gerechnet? Zweitens. Für bis welches Alter ist es angedacht? Drittens. Warum steht das Self-Raping? Oh, Alter. Dinge, die man nicht im Internet sagen sollte. Das sieht so aus, als würden Son Goku und Vegeta gegeneinander kämpfen jetzt ohne Scheiß. Aber es ist Ricardo. Oh mein Gott, es ist Ricardo. Was macht Ricardo dort? Ich hab Ricardo gar nicht gesehen. Was macht Ricardo dort? Ähm. Was ist das für eine Münze? Das ist keine echte Münze auf jeden Fall. Das ist eine fucking Wechselgeldrolle. Die kriegst du von einer fucking Bank. Ja? Die holst du dir von der Bank ab, ja. Ja, die wollen auch bestimmt Spaß haben bei der Bank-Filiale, okay? I help the gamer, I can help. Ah, warum macht man sowas? Ist das ein angegessenes Schnitzel? Ja, oder ein Nageregen, so ein Scheiß. Aber warum macht man das, ganz ehrlich? Ich glaube, die richtige Antwort ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wenn sich alle auf so einen Goku konzentrieren und deswegen nicht mehr animiert werden müssen. Ich glaube, da wollte jemand ein Fade-Experiment durchführen. Oh, Alter. Oh, nein. Es war so lustig, als der Mikrofen weggeschmissen hat. Right the slut. Ich zauf Lake Union Trolley. Tr-Trolley. Ich glaube, das ist genug für heute. Like den Smash-Button-Warte. Nein. 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 tea zstationär